Hey Maker und Makerinnen, heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach euren eigenen Luftreiniger basteln könnt. Und das geht ganz einfach. Euch wird es gefallen. Viel Spaß nach dem Intro. Ja, genau richtig gehört. Wir bauen heute einen Luftreiniger, also ein Haushaltsgerät. Ist ein bisschen unüblich, ja, für die 3D-Druck-Szene, dass man sowas bastelt, also abgedrehte Arduino-Sachen, aber heute machen wir das und das ist verdammt cool, denn so ein Luftreiniger, der macht nämlich aus eurer dreckigen Innenraum Luft, oder welche Luft auch immer ihr einatmet, saubere Luft. Ihr wisst ja, die Luft besteht ja nicht nur aus Sauerstoff, Stickstoff und so weiter, sondern auch noch aus Pollen, Stäube, Chemikalien und und und. Um da nur ein paar aufzuzählen, die ist wahrscheinlich schier endlos. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, besonders häufig kommen Birkenpollen vor, da Birken ziemlich häufig gepflanzt werden, in der Innenstadt und so weiter, und Birkenallergien und Birkenpollenallergien dann häufigst auftreten und verschiedene Kreuzallergien. Die Allergiker wissen ja wahrscheinlich schon Bescheid, wenn ich anfange von Apfelkreuzallergie. Genau. Und die Feinstäube, vom Feinstäube hat wahrscheinlich jeder schon was gehört, fängt bei der Zigarette an und wird bei irgendeinem Industriekraftwerk auf. Also Feinstäube sind überall und sind halt in den Innenräumen besonders hoch, so konzentriert, und das ist halt gefährlich, denn Feinstäube sind ja miesermaßen, oder vermutlich der Auslöser von vielen Lungenkrankheiten. Ich will da nicht weiter darauf eingehen, aber jedenfalls ist das nicht so gut. Und wer das kennt, wenn jemand mal an der Fernsehscheibe vorbeigeht, der eine raucht, das bleibt eine Weide in der Wohnung drin und das hilft. Und da hilft nur ein Luftreiniger oder halt viel Luft, weil dann kommt ja wieder der nächste Feinstäube rein. Und deshalb kann ich es nur empfehlen, bastelt mit, bastelt euren Luftreiniger. Wir bauen da sogar noch eine UVC-Lampe rein, damit wir Ozon generieren können. Das Ozon ist gut gegen Gerüche, das zerstört diese Gerüche. Und genau, seht dieses Video nicht direkt als Tutorial, ich baue alles, ich baue das alles danach nach und so weiter, sondern inspiriert euch eher davon. Baut euren eigenen, setzt bitte eure eigenen Ideen um und verbessert, was ich angefangen habe. Ich meine, ich bin ziemlich zufrieden mit Radu, aber wenn viele sich daran setzen, dann steht da glaube ich ein super Ding. Als Idee für den Luftreiniger wollte ich einen Luftreiniger haben, den man ganz einfach mit verschiedensten Viertel-Elementen zusammenbauen kann. Und deshalb habe ich ein Würfel, ein Quader ähnliches Gehäuse gewählt, wo ich verschiedene HEPA-Filter reinmache, vor allem KFZ-Infilter. Und daraufhin baue ich das. Wir können natürlich auch ein Filter-Set kaufen für einen kommerziellen Luftfilter, den man so fertig im Markt kaufen kann. Und dann baut ihr eure Luftreiniger da rumherum und dann kauft ihr immer nach, das geht natürlich auch. Oder ihr baut halt, wie ich, alles komplett selber zusammen. Verschiedene Aktivkohlestufen, Vorfilter. Und ja, das könnt ihr ganz liebig nach eurem Interesse entscheiden. Nur zur Formation, HEPA-Filter, filtern so ungefähr alles raus. Dieser Schwebstofffilter ist ja der genaue Name. Also Pollen und so weiter und Feinstäube. Und Aktivkohle ist eher so für auch Feinstäube und Allergien und auch Gerüche. Ja. Und wir fangen jetzt gleich damit erstmal an, was ihr so alles dafür benötigt. Also was benötigt ihr alles, um einen Luftreiniger zu bauen? Als erstes benötigt ihr einen Lüfter. Ich habe mich hier für einen Axiallüfter entschieden. Der Axiallüfter hat den Vorteil, dass er ziemlich kompakt eingebaut werden kann, dass er ziemlich leistungsfähig ist und dass er vor allem vibrationsarm ist. Alle können natürlich auch einen Radiallüfter nehmen. Der Unterschied ist, dass natürlich ein Radiallüfter anders eingebaut werden muss als so ein Axiallüfter. So einen Axiallüfter gibt es auch in verschiedenen Größenordnungen. Ich habe hier so einen kleinen genommen. Dieser reicht vollständig aus, aber ihr könnt natürlich auch einen größeren kaufen und diesen dann einbauen. Ein Hauptgrund für die Wahl eines Axiallüfters war zudem, dass ich vorhatte, den Ventilator in eine Ecke einzubauen, also in einem Eckteil des Gehäuses. Und das war mit Axiallüfter besonders gut möglich. Das weitere benötige Detail für die Elektronik, also wie zum Beispiel Kabel, Anschlussbuchsen oder auch Schalter. Ich habe mich für so eine Kombination aus Ansteckbuchse für Kaltgerätekabel und einem Schalter entschieden, denn ich hatte vor, um mit so einem Scheißer dann später die UVC-Lampe an- und ausschalten zu können, separat vom Lüfter. Und diese Anschlussbuchse könnte man auch wunderbar in diese Holzplatte einbauen und dann mit dem Stromkabel verbinden. Für die Ozongenerierung und die Desinfizierung der Luft habe ich mich für eine UVC-Lichtwelle entschieden. Hier habe ich so eine normale Lampe bestellt mit 25 Watt. Für den Betrieb der Lampe benötigt man zudem noch so ein Steuergerät, der die 32 Volt auf 100 Volt herunter transformiert. Und hier sieht man das mal. Diese Leuchtturflore hat so vier Anschlüsse. Das muss man sich vorstellen wie eine Leuchtturflore, die halt geknickt ist. Und hier auch noch dieser Warnhinweis. Passt auf, UVC-Strahlung ist gefährlich und also vor allem für die Haut und Augen kann man nämlich einen üblen Sommerbrand bekommen. Und hier seht ihr so einen Stecker, den kann man auch einfach bestellen und das ermöglicht dann einen, die Lampe ordentlich einzubauen. Und als Holz habe ich fünf Millimeter Sperrholzplatten genommen. Als Basis habe ich so eine Zipfelplatte genommen. Diese hat den Vorteil, dass sie ein ordentliches Gewicht hat und so eine gute Basis bildet. Und dass man dort gut die Komponenten mit Schrauben befestigen kann. Des Weiteren habe ich auf der Unterseite vier Musgummis angeklebt. Ich habe die so rund so recht geschnitten, damit man das ganze, den ganzen Luftreiniger so ein wenig vom Boden entkoppelt und eher allgemein im Betrieb dadurch leiser wird. Dann habe ich mir mal so die Komponenten auf die Zipfelplatte zurechtgelegt, damit ich mir das so vorstellen kann. Und ich habe mich für diese Anordnungsweise entschieden. Den Lüfter habe ich dann auch noch zusätzlich mit Moosgummi von der Holzleiter gekoppelt. Dann habe ich da einfach zurechtgeschnitten und den Lüfter habe ich dann draufgeschraubt. Ihr müsst das nicht machen mit dem Moosgummi. Ihr könnt den auch weglassen und dann das direkt auf das Holz montieren oder kleben. Aber mir war es halt besonders wichtig, dass man später keine Vibrationen hat oder sonstige Störgeräusche. Und deshalb habe ich das gemacht. Ihr könnt das auch weglassen, aber dann kann es sein, dass es lauter wird oder irgendwas klappert. Das Steuergerät von der Oberzilichquelle habe ich dann auch noch montiert. Daraufhin habe ich die Holzseitenteile mit Sprühfarbe lackiert. Ihr könnt das natürlich auch anmalen oder auch bekleben, was euch hier besser gefällt. Daraufhin habe ich in Illustrator die Austrittsöffnung designt. Also die Luftlöcher, damit die Luft wieder austreten kann. Und dies habe ich dann mit Hilfe eines Laserkutters aus der Holzblätter ausgeschnitten. Solltet ihr keinen Laserkutter haben, dann könnt ihr gern zu uns ins Windapp kommen. Und unsere Laserkutter dafür nutzen oder auch das andere Werkzeug für den Bau des Luftreinigers. Die Öffnung für den An- und Ausschalter und der Strombuchse habe ich dann einfach ausgesägt. Sowieso eigentlich eine Aussprache für das Motorlager, weil das leider ein wenig zu groß war. Und dann habe ich noch so ein kleines Zwischenstück gelasert, um den Luftstrom an diese Elektronik vorbeizuleiten. Ich kann das euch auch nur ans Herz legen, mal zwischendurch mal alles zu montieren und Elektronik, um das mal auszuprobieren. Weil ich war mir zum Beispiel nicht sicher, ob das so klappt mit diesem Steuergerät und der Lampe. Deswegen habe ich das einfach mal angeschlossen und mal den Strom angesteckt und es hat funktioniert. Und dann wusste ich, ich kann weitermachen. Nicht, dass ihr euch dann die Mühe macht, baut das zusammen und dann passen welche Komponenten nicht zusammen. Um den Wirkungsgrad der UVC-Lampe weiter zu erhöhen, habe ich noch solche Plastikspiegel an die Basis festgeklebt, wie an die weiteren Holzteile, die sich um die UVC-Lampe befinden. Damit die Lampe nicht durch das Gehäuse herumbommelt, Reitransport und im Schmissenfall beschädigt wird, habe ich diese noch an die Basis mit so einem Stück Rest von der Zutoplatte befestigt. Diese Holzhalterung habe ich einfach mit ein paar Schrauben befestigt. Ihr könnt natürlich auch diese dran kleben oder anders mit einer Dachlinie. An der Workstation habe ich mit Hilfe von Illustrator auch nochmal eine zweite Halterung entworfen, um die Lampe auch an der Vorderseite fixieren zu können. Und wenn ihr mal zu uns kommen wollt, wir haben nicht nur Illustrator auf dem PC, sondern noch weitere Software, zum Beispiel Photoshop oder auch die CAD-Programme wie SolidWorks oder Tinkercut. Also alles Mögliche. Und auch die Arduino Software Suite. Und ja, also ihr werdet auf jeden Fall die üblichen Verdächtigen an Software finden. Also ihr braucht auf jeden Fall eure Lizenzen zu kaufen. Kommt einfach zu uns und dann könnt ihr das nutzen. Und ihr seht ihr auch das M-Produkt. Habe ich dann einfach aus Acryl ausgelasert, damit ich das dann schön im Gehäuse ankleben kann. Da habe ich das mal so provisorisch hingelegt. Ich wollte nämlich wissen, ob das so passt, wie ich es Ihnen vorgestellt habe. Und wie ihr seht, passt es wunderbar. Ich habe das mit der Nücke gelassen zu dieser Spiegelfolie. Und ja, meine Idee ist ja, dass der Luftstrom an diese Lampe vorbeigehen kann und dann so das möglichst viel Kontakt mit der Luft hat. Und genau, das habe ich dann mal festgeklebt mit Heißkleber. Ihr könnt das natürlich auch irgendwie festschrauben. Aber ich glaube, für die Anmeldung reicht das vollkommen aus, das einfach nur festzukleben. Und hier seht ihr auch mal, wie ich das dann reinhake, diese Fassung und dann ein kleines Gummi drum mache. Da wird dann in der Zukunft sich herausstellen, ob diese Gummi auch die UVC-Strahlung standhält. Für den Stromschalter habe ich hier noch zwei Löcher gebohrt, damit man den auch schön festschrauben kann. Die Kabel habe ich vorher schon dran gemacht, damit man das später nicht mehr machen muss, weil es wurde doch ziemlich eng innerhalb des Luftreinigers, also im Gehäuse drin. Und hier seht ihr schon mal, wie das alles so schon montiert ist. Wie zum Beispiel die Erde vom Lüfter. Ich habe dann auch noch so eine zweite Spiegelfläche an den Holzteil befestigt, was ich ausgeschnitten habe. Und das habe ich dann sogar so gemacht, dass man das rausnehmen kann, im Falle man irgendwas nochmal umändern möchte oder umkonfektionieren möchte, wie zum Beispiel die Kabel oder noch ein anderes Störgerät. Kleines Holzding ausgeschnitten, was man dann darüber kleben kann, damit das vollständig abgeschlossen ist. Damit das UV-C-Licht auch nicht ausdrängen kann, habe ich noch so eine kleine Blende gemacht, wo die Lampe von der Austrittsöffnung getrennt wird, also der Luftstrom, und man dazwischen noch ein HEPA-Element reinmachen kann. Also ihr seht das hier, da sind so ein paar Löcher drinne und da inzwischen kommt dann noch ein Filter-Element und dadurch tritt dann auch keine UV-C-Strahlung nach außen. Darauf solltet ihr wirklich achten. Wenn das so ein bisschen ist, ist das nicht weiterlich schlimm, aber es sollte jetzt wirklich nicht so viel rauskommen und hier war das wirklich ziemlich viel. Und in diesen Zwischenraum, das sind so circa zwei Zentimeter, passen verschiedene HEPA-Filter rein oder auch etwas anderes. Ihr könnt auch zum Beispiel rumexperimentieren mit diesem Dunstab- und Saubenfilter. Die gibt es ja auch, um die Drogerie zu kaufen. Die sind natürlich gut für so gröbere Sachen, für kleinere Sachen nicht. Hier würden die sich sicherlich ausreichen. Auch noch an der Hinterseite habe ich auch noch so ein dünnes Holz-Element befestigt. Die ist ein bisschen dünner, das war nur zwei Millimeter dick, weil da leider nicht so viel Platz war. So, und das war es dann auch letztendlich. Ich habe das alles noch drin zusammengeklebt. Ich habe auch so eine zweite MDF-Platte zusammengelasert, womit man eine Öffnung hat, um später die Lampe nochmal auswechseln zu können. Und an sich ist es ganz einfach. Es ist ein Kasten, wo ihr halt die Luft durch eine Füttermache durchzieht und wieder ausstößt. Wenn ihr diese UV-C-Lampe nicht wollt, merkt das ist natürlich noch um Länge einfacher, das müsst ihr wissen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und folgt uns auf jeden Fall auf den Instagram-Kanälen und auf YouTube, damit ihr auch noch weitere Informationen bekommt zu weiteren Projekten. Und ja, ihr könnt uns ja gerne Bilder schicken von euren selbstgebauten Luftreinigern oder von euren Ideen. Ja, hat mich gefreut, wie immer. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.